Diese wunderschöne und voll ausgestattete Ford Cougar ST-Line könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Benziner erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Mächtige Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Cougar schützt Sie rundum mit Airbags, Nebellampen vorne, Full-LED-Licht und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehandlung. Zum Radio Bluetooth Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst sportlichen Ford Cougar ST-Line und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Auf Wunsch gerne gehen. Beobachtungen, auf Wunschlauge und deinem Laufen. Auf Wunschlauge und auf Wunschlauge und deinem Laufen. Ich gebe going. Das ist jetzt auf Wunschlauge. Nachschlima das Wunschlauge. Ich gebe das. Ich gebe das. Wow, Herr, ich gebe das. Du bist ein Pollen. Wunschlauge und deinem Laufen. Dose deinem Zanden ist auf Wunschlauge. Du bist so ein Evangelium. Du bist,被 es Mine und Laufen geht. Du bist, wäre es das Säen. Ein Laufen. Ich gebe das. Du bist! Vielen Dank.